Mutiger Kammerjäger. Du bist also hier, weil du die geheime Kammer der Eridianer finden willst. Auf Pandora! Wollen wir ein paar Arsche aufreißen? Okay, raus hier! Hey, hey, hey! Fang! Die Legenden sind also wahr. Ich bin die Einzige, die die Kammer öffnen kann. Rücken! Was soll das werden, wenn es fertig ist? Ihr dürft gerne Applaus spenden. Folgt mir, ich habe einen ausgeprägten Orientierungsausschick! Oh, danke! Niemand tötet mich, nur ich! Wir rücken uns auf die Pelle! Fenster hoch! Ich will aber nicht! Ist Pisse! Lies die Monddusche! Eine Kugel für dich! Eine für dich! Da kommt ein Kronen, wir lieber auf! Und wie kommen wir jetzt da durch? Du bist schnell! Halt, mein Leben!